so ihr lieben hier bin ich wieder ich war ja vorher da oben und nämlich halt darunter gesprungen und jetzt bin ich halt hier musste gerade kurz vorher noch den einen hier k.o. hauen den da aber gut komm mal her gold ähm Du, was wartest du für den Heini? Ja, uff. Okay. So, Waffe mitten in, geht das noch? Ja, geht immer noch. Alles klar. Vorsicht. Er kommt. Hoch mit dir, du fauler Sack. Du, das Ding da liegen, okay. Geld, wie viel? 102. Immerhin. Der hat einen Revolver gab. Haben schon über 7500 Thalas. Das ist gut. So, sonst noch irgendwelche böse Buben da, oder was? Hier auf dem Klo. Ah, guck mal, da findet man auch was. Schmerzmittel. Ähm, einer sieht mich noch, oder vielleicht auch eine Kamera? Na, na, da kommen wir ja. Oh, eine Frau. Oh. Hallo Süße. Tut mir leid, ich kann dich ja mitnehmen und dann, oh, guck dir das mal an. Hat aber nichts. Ja, alter. Ja, oh, alter. Kann man das? Oh, oh. Oh. Ja, ich habe leider einen Auftrag. Ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern. Das ist leider Aufschrag. Moment. Nein, ich habe ein ganz riesiges Gefühl. Ja. Ja. Du bist ja auch schön, aber ich will nicht angeln. Warte mal hier. Guck mal. Bam. Hat aber leider nichts bei sich. Oh mein Gott. Warte mal. Äh. Hier. Ich habe ein ganz riesiges Gefühl. Wo kommen wir denn hier hin? Schnappidip. Dip. Ich höre so ein komisches Geräusch. Aha. Das ist auch wieder nur mal hinter der Bühne. Waffenkoffer. Oh. So. Eine Splittergranate. Betäubungspfeile. Ja, super. Und Pistolemunition. Immer her damit. Wenn ich bis jetzt nichts gefunden habe. Wenn du bis jetzt gefunden hast, dann findest du auch äh, später nichts mehr. Alter. So. Ähm. Da ist eine Kamera. Ach. Ach. Zeitung. Aber manchmal gibt es auch Punkte, wenn man was gelesen hat. Ja. Der Post soll dich ruhig anbrüllen. Wo bist du denn? Ach. Da oben ist einer. Ähm. Jetzt dreht er sich gerade um. Das ist gut. Ja. So. Aber jetzt nicht mehr. Ähm. Schmerzmittel. Hora. Und noch eine Waffe. Yeah. Ähm. Das kann man auch mal speichern. Lalalalalalalala. So. Haben wir hier was drin? Unten nicht. Ein Hacker-Dingens. Okay. Bäm. Wow. Standard-Gewehr. Äh. Ich klopf da mal an die Tür, ne? Oder so. Okay. Was kommt von draußen rein? Halli. 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 Wird doch gar ein Opti sein. Oh. Wieder ein Waffenkoffer. Das ist was? Eine Schockgranate. Voll. Oh. Safe. Gesperrt. Der ist mal gesperrt. Na ja. Gut. Ähm. Hack. Ah. Code. Ja. Machen wir es mal einfach. Ähm. Vier. Bei Stufe 1. Könnt ihr auch mal versuchen. Ähm. Hacke die. Hacke du. Hacke dich. Ähm. Ah. Der geht andersrum. Den müssen wir also von außen rum machen. Gut. Dann haben wir ja das eine hier rechts unten. Mehr brauche ich nicht. Ja 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 ja. So. Das haben wir. Gibt nochmal 140 Taler. Verschließen. Nein. Freischalten wollen wir aber. So. Jetzt ist er offen. Und wir haben drinne Reboiwermunition. Äh. Das ist auch gut. Okay Koller. Ich habe Ihren Neuroplastizitätskalibrator. Ja. Sehr gut. Ich werde Sie für die Optimierung vormerken. Sobald ich diesen Hausbesuch hinter mir habe. Welchen Hausbesuch? Ich habe da diesen anderen Kunden. Und der wartet nicht gern. Ich auch nicht Koller. Rufen Sie mich an wenn Sie bereit sind. Oh. Dann haben wir doch mal ein P2. Neuer Gascode. Und da unten ist noch was. Äh. Äh. Das ist jetzt wieder was anderes für irgendeinen Gascode. Naja. Und räumen die TÜS auf. Helfen euch. Ich hoffe wir werden nie wieder ein TÜS. Okay. Das fliegen. Ja ja. Das war das. Und jetzt haben wir hier Story Objekte. Genau. Das war das. Bäm. 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 Ähm. Ja. Komisches Ding hier. Äh. Man stellt damit Augmentierung sowie Serienaktionen in den Gehirn ein. Aha. Gut. Dann. Ähm. Dann mache ich das mal speichern. Lalalalalala. So. Ähm. Hier ist gesperrt. Von den Typen. den. Rücken des Grün. Ähm. Der geht hier lang. Der geht da lang. Das möchte ich gerne mitnehmen. Gut. Alles klar. 100 EP. Okay. Äh. Es ist okay. Äh. Es ist okay. Äh. Aber wir haben. Brauchen uns weg. Schefte. Äh. Fuck. Love. Koller. Hm. Wir stecken sie in die Holzkiste. Klar. Ja. Ich habe dir gesagt, du sollst den Tresor auflösen. Es wird Geld. Ich werde diesen Mangel nicht tolerieren. Okay. Ähm. Hm. Hm. Das ist das. 6446. Und noch eine Nachricht. Äh. Hm. 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 Ursprüngliche Nachricht. Bum 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 bum. Okay. Gut. So. Wir haben wieder einen Code erhalten. Da 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 da. Hi. Ja. Oh. Das können wir. Hm. Moment. Schmerzmittel. Hm. Moment. Ah. Ah. Der ist gesperrt. Aber nicht für mich. Oh. Das ist total dunkel hier. Ähm. Oh. Der hat gleich zwei solche Dinge. Übernahm. Übernahm. 100%. Alter. Ähm. Ähm. Gut. Dann mache ich jetzt auf die Schnelle. Zack. 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 Kommt da hoch. Kommt da hoch. Kommt da hoch. Er kommt doch. Eine Kamera. Eine Kamera. Die. Beobachtet. Ups. Gut. Machen wir die mal aus. Und die. Die. Beobachtet hier. Treppe. Aha. Machen wir auch mal aus. So. Mehr ist da ja nicht. Hm. Ja. Der hat ja ganz viele Ferne. Ah. Das ist noch was. Ein Wurmloch. Hätte ich fast gesagt. Alles klar. Okay. Moment. Was ist das hier? Nur ein Becher. Ups. Hier haben wir nochmal Geld. Hier. 84. Ähm. Schubladen haben wir nichts. Gut. Dann. Machen wir hier. Ah. Ja. Der hat nochmal Bier. Und eine Waffe. Eine Bierwaffe. Hahaha. Ähm. Ja. Haben wir bei denen. Alter hat noch eine Waffe. Siehste. Kann man immer alles schön verkaufen. Oh. Geld auch noch. 33. Ähm. Und der Zubehörteil. Noch eine Waffe. Ähm. Das haben wir da jetzt hier. Nee. Tipp. 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 Ach. Dann war das wohl die Tür mit dem. Äh. Dings. Geheim. Code. Oder hätte ich was gesagt. Ja. Ähm. Gut. Da ist noch eine Kleine. Eine Kiste. Okay. Mitnehmen. Wow. Unter der Bühne. Unter dem Boden. Wie auch immer. Ähm. Wasser. Nein. So. Hm. Einfach nur Kisten. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier eher eine Kiste haben. irgendwie rauskommen. Oder so. Haha. Ich komme immer von hinten. Das ist gut. Haben wir da die Tür auch aufgemacht ohne den Code zu wissen. Äh. Jetzt müssen wir noch. Wollen wir mal hier eine Leitbülle. La 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 la. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hab. Oh. Das ist noch rot. Gut. Die muss ich dann noch aufmachen. Das geht nicht. Die können wir nicht in rot lassen. Die müssen wir mitnehmen. Haha. Äh. Ja. So. Äh. Ich kann es ja erstmal mit Hacken versuchen. Das Ding ist da. Und wir haben zwei rote. Wie aufpassen. Ähm. Ok. 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 Das war nichts. Ok. 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 ca. Two, wie kann das da schwer sein? Na gut, dann geben wir hier halt den Code ein, 6446, so, und dann haben wir was zum Saufen und noch eine Schrotflinte und wieder was zu trinken, Moment, Kredite hier, Kredite 49, 101, wow, und Inventar voll, geht eine Flasche nicht mit, ähm, schmeckt jetzt, bam, so hat man auch hier durchgehen können, von der Seite, äh, ansonsten, gut, Waffenkoffer, aber wenn ich hier schon, ein Gedreck nicht mehr mitnehmen kann, aber Waffen gehen noch, warte mal, ähm, oha, alles voll, gut, Standardgewehr, da ist eine Frotflinte, dann haben wir den Revolver, den behalte ich mal, ähm, gut, ich müsste dann eigentlich auch mal wieder da, mir dann nach Hause, um, ja, irgendwas, ich sag mal, Waffenfrank zu legen, so, aber wir müssen erst mal da hinten hin, wo das blau ist, hau ab, guti, ähm, Das war meine wunderschöne Stadt, ja, meine Frau wird mich umbringen, scheiße. Äh, das ist aber jetzt da hinten dieses Reef, ne, da kann ich nicht hin, ich komm da ja nicht rein, äh, guti, ich komm da nicht rein, ähm, ich würd mal sagen, keine Ahnung, Das haben wir ja auch schon alles hier, ähm, keine Ahnung, äh, ich kann es mit da, die Ecke machen, Ansonsten wüsste ich auch nichts, nein, Reef, im Moment will ich nicht, kann für Kreditsverkauf werden, ja, 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 Ähm, gut, das gelbe, gelb wollen wir haben, äh, keine Ahnung, vielleicht bekomme ich dann meine Sachen zurück, wenn ich dann ins Büro, Erstmal, ähm, wir als Büro gehe und da erstmal mich umgucke und so weiter, äh, die Aufgaben, äh, kann ich ja immer noch machen, nein, laufen, Gut, dann, hier rein, dann da durch, ähm, Bilderrahmen, Zugangs, okay, ab, Dieser Flüsterchip, ist der leicht zu verstecken? Du bist unterwegs zu TF29, jetzt schon? Unsere Feinde schlafen nicht, während wir uns unsere Wunden lecken. Okay, auf dem NSN-Motherboard muss ein Datenport sein. Greif darauf zu und dann Plug and Play, oder in dem Fall Plug and Record. Verstanden, ich melde mich, wenn es erledigt ist. Okay, oh, hallo, kommt's davon angelaufen? Klar was? Nein, nicht wegen mir, schade. Äh, ich muss da oben hin. Äh, mal gucken, hier ist eine Treppe, das ist da schon noch gut, wenn wir hoch müssen. Äh, hoch. Adam, sie haben's geschafft. Freut mich, dass sie okay sind. Hallo, Aria, ja, es war ziemlich knapp. Ich hatte Glück, viele andere nicht. Ich habe hier gearbeitet, als die ersten Berichte reinkamen. Chaos, klingelnde Telefone, schreiende Menschen. Alle wollten wissen, was passiert war, als Mela sagte, dass sie dort sind. Ich bin okay. Gut, suchen sie ihn? Er hat nämlich gerade zu tun. Konferenz mit Leon, glaub ich. Wirklich? Er benutzt gerade das NSN? Ja, ich hab ihn gesehen. Oh, ach ja, das hier ist für Sie. Was ist das? Die Karte für den Schießstand. Chang hat heute früh alle Codes geändert, weil nur Leute Zugang haben sollen, die er selbst überprüft hat. Der Anschlag hat ihn panisch gemacht. Der dritte in sechs Monaten, ist das zu fassen? Ich bin wirklich froh, dass Sie okay sind. Danke, Aria. Dann überlasse ich Sie mal wieder Ihre Arbeit. Ja, ich gehe lieber wieder runter. Das wird ein harter Tag. Kommen Sie vorbei, wenn Sie reden wollen. Verstanden. Ich komme hier nicht nur vorbei zum Reden. Gut, dann würde ich jetzt einmal sagen, für heute war es das. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Gucken wir an, als der Kamera. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bye, bye. 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 Vielen Dank.